Isha Kriya – ein kraftvoller spiritueller Prozess zur täglichen Praxis Vorbereitung Sitze mit gekreuzten Beinen und angenehm aufrechter Wirbelsäule. Falls notwendig, benutze eine Rückenlehne, aber keine Kopfstütze. Die Kriya nach Osten gerichtet zu praktizieren bietet zusätzliche Vorteile. Halte Deine Hände auf den Oberschenkeln mit den Handflächen nach oben. Mit dem Gesicht leicht nach oben gerichtet, die Augen geschlossen, halte einen leichten Fokus zwischen Deinen Augenbrauen. Meditation Diese Meditation erfolgt in drei Schritten. Schritt 1 Atme sachte langsam ein und aus. Bei jedem Einatmen sage innerlich zu dir, ich bin nicht der Körper. Das Einatmen sollte so lange dauern wie dieser Gedanke. Mit jedem Ausatmen sage innerlich zu dir, ich bin nicht einmal der Geist. Das Ausatmen sollte so lange dauern wie dieser Gedanke. Wiederhole dies für sieben bis elf Minuten. Schritt 2 Intoniere den Ton insgesamt siebenmal mit weit geöffnetem Mund. Atme mit jedem Laut vollständig aus. Beachte, dieser Laut sollte knapp unterhalb des Nabels entstehen. Du brauchst nicht sehr laut zu intonieren. Nur laut genug, um die Vibrationen des Lautes zu spüren. Schritt 3 Sitze fünf bis sechs Minuten mit leicht nach oben gerichtetem Gesicht und halte einen leichten Fokus zwischen Deinen Augenbrauen. Die Gesamtdauer dieses Prozesses beträgt zwischen zwölf und achtzehn Minuten. Wenn du möchtest, kannst du länger sitzen bleiben. Bitte beachte. Während du sitzt und Ishakriya machst, schenke der Aktivität des Geistes und des Körpers keine Beachtung. Was auch immer in deinem Körper oder deinem Geist passiert, ignoriere es einfach und bleibe sitzen. Mache zwischendurch keine Pause, weil es ansonsten die Reorganisation deiner Energie während der Übung stört. Die Kriya entfaltet den grössten Nutzen, wenn du sie jedes Mal für mindestens zwölf Minuten zweimal täglich für 48 Tage oder einmal täglich für 90 Tage machst. Jeder kann diese Kriya praktizieren und ihre positiven Wirkungen erfahren. Folge einfach den Anweisungen, ohne etwas daran zu ändern. Diese Kriya ist einfach, aber sehr wirkungsvoll. Du kannst dich während des Tagesverlaufs jederzeit daran erinnern. Ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht einmal der Geist. Es wäre am besten, die Stimme im Video als Unterstützung für die Kriya zu verwenden. Aber du kannst es auch ohne das Video tun. Sitze mit überkreuzten Beinen. Halte deine Hände offen mit Handflächen nach oben. Sitze mit leicht nach oben gewandtem Gesicht. Sobald du so sitzt, mit leicht nach oben gewandtem Gesicht, wirst du sehen, ganz von selbst richtet sich deine Aufmerksamkeit zwischen deine Augenbrauen. Konzentriere dich sanft auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Während ich diese zwei Sätze sage, fasst du beim Einatmen folgenden Gedanken. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin nicht der Körper. Spinach und Mildergast 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 Spinach der Körper, Spinach and Mildergast. 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 Ah. Halte deine Augen geschlossen und sitze einfach still da mit leicht nach oben gewandtem Gesicht. Ah. 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 Saṅgaratova saṅgaratova saṅgavīnaḥ Yasya Brahmāni Ramatechittham Yasya Brahmāni Ramatechittham Nandati Nandati Nandateva Nandati Nandati Nandateva Satsangatve Nishangatvam Nishangatve Nirmohatvam Nirmohatvam Nishchalatatvam Nishangatvam 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 Jeevanmuktehe Poonarappijananam 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 PUNARAPI JANANI JATARE SHAYANAM IHA SAMSÁRE BAHUDUSTAARE IHA SAMSÁRE BAHUDUSTAARE KRIPAYA PA RE PAHIMURA RE KRIPAYA PA RE PAHIMURA RE Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Langsam. Ganz langsam. Öffne die Augen. Die tägliche Praxis von Isha Kriya führt zur Gesundheit, Dynamik, Wohlstand und Wohlbefinden. Es ist ein wirkungsvolles Instrument, um mit der Hektik des modernen Lebens zurechtzukommen und befähigt den Menschen, ihr volles Potenzial zu leben.